Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Wir haben es in den VIP-Bereich geschafft. Oh süß, ey. Ja, es ist echt schön, dass es jetzt besser geht. Sagen wir mal schauen, was ansehen? Nein. Ich möchte Nathan finden. Me, auch. Er sollte ein paar... ...artige Party-Bereich. Ich hoffe... ...die Party... ...die Party... ...die Party... ...die Party... ...die Party... ...not this week. So, has anybody here seen Nathan? ...I guess you have to go ask everybody here... ...or... ...you can sit down and take a quick dip. Nein! ... вы brauche... ...de STAY ROFARIAN. ... ... ... ... ... Wie gesagt, ich bin fucking rekt. Vielleicht besser du das Gesicht zu nehmen. Whatever. Ich bin in diesem Weltkrieg zu haben. Ich versuche es mal, Max. Ich habe endlich dich und Dana zu kommen nach einem Vortex-Lupfer-Party, aber du willst mich einfach zu erzählen? Gee, danke, Mr. Madsen. Wie viel Spaß hat Kate in deine letzte Party? Hör, Hayden. Just watch out for Nathan tonight. Ich denke, das ist dein Job, Max. Come back when you're raining and have fun. Okay. Oh, God. She's wasted and nobody is looking out for her. Nobody learns about Blackwell. Fuck. Ist das Asie schlimm? Max, look at you go, girl. Taylor, have you seen Nathan yet? No, that's fine by me. He's been getting, like, too buggy and kind of scary. Victoria might know. What does Victoria say about me? She blows it off, but Vic is close with me. They're more like brother-sister. Or something. She really cares about him. Is this why you want to be in a Vortex club? No, Max. I'm like far from home at a great school. I want to learn things, make friends and party. But when Kate was on the roof, I knew I'd gone too far. I knew I'd gone too far. Oh, man. Kate was dosed at the last Vortex club party by Nathan. So, you should avoid any drink here tonight. But trust me, I won't even drink my own water when Nathan is around now. Good. What is that? What do you want to do with me? 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 Of course. I hope the people also know about it. What is that here? Do you want to do with me? What do you want to do with me? Oh, God. So, that's it. Das ist auch ein quelquefache. Vielen Dank, Max. Und nachdem ich euch zu den letzten Morgen geschrieben habe. Hast du überhaupt ein Gelegter was passiert in Blackwell? Kate Marsh versucht zu töten sich hinter dir. Und ich. Jeder hier! Das ist mein Urlaub, Max. Du kannst nicht mehr auf mich versuchsen. Oh, ich will. Du hast nicht Kate in der Party dabei gelernt. Du wusste, dass sie totalerweise wachst. Ja eben. Und? Und? Ah, komm. Nö. Aber auch keine Feinde. Ja, komm. Ja, komm. Listen to me, your life is in serious danger. I know Nathan is your friend, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate in that party so he could take for some reason. What? Nice try, Max, but I don't believe you. And why would he do that? That I don't know yet. But it was enough to make Kate want to die. And I think you're next. Max, that is crazy. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not. You have to believe me. You could have been a major bitch to me when I got hit with that paint. And I deserve it. Max, I don't hate you. I actually think you're one of the coolest people at Blackwell. Weird, but cool. You just don't know it yet. Maybe I'm jealous because you don't give a shit what anybody thinks. And I do. To be honest, Nathan has been freaking me out lately. He's not here and I haven't seen him. Just make sure you stay away from him. And stick close to your friends tonight, okay? I let you boss me around this one time. And I have other people I can go to for protection. Thanks for telling me this, Max. If what you said is true, then you be careful tonight. I've got my own protection. Um, text me if you need anything. I will. Thanks, Victoria. Au revoir. Mhm. Das ist es halt. Das ist halt das, was ich auch für ihr so dachte. Dass sie halt einfach nur derbe verunsichert ist und halt deshalb so scheiße ist. So, was sagt dem? Maybe there's hope yet for Victoria. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him too much. He's definitely not upstairs or in the locker. Damn. Maybe he's hiding in his door. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made your face. Oh, uh, hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Oh, uh, I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over, uh, the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that lesbian portfolio. I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost gone. Get the hell out of here, Max. Yeah. Yeah, I'm always excited. Okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. All right, look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Yes, sir! Yes, sir! You are so hot! Now, this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh, my. What a shocker. Victoria Chase. Oh, my God! Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. Sag, birthday! We are so serious, right? No, we are so sorry. We are so sorry. Who is so sorry? We are so sorry. We are so sorry, and I want Nathan's punk ass now. Me too. But, wait, let's go check out the dormitories! Old heavy. Oh, no, 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 no. Anyway, I hope that Victoria will be there again. Oh, no, no, no. Ja, das ist so, als würden gerade irgendwie so zwei Welten aufeinandertreffen. Das ist voll komisch. Das erinnert mich so ein bisschen an Fringe, wo dann so die Welten dann ja auch so, die Universen so aufeinander getroffen sind. Aber was macht sie so sicher, dass... dass er hier ist? Wobei klar, das ist natürlich der mieseste Beweis überhaupt. Die Leiche. Boah, ist das fies, ey. Chloe, ich bleib bei dir. Wow, ist klar. Ist es auch. Zumindest um die Uhrzeit. Komm schon, komm schon. Nathan muss jetzt sterben. Oh, für Gott's sake, Chloe. Max, bitte, hurry. Du hast es, was es? Oh Gott, Max, look. Sie ist noch da. Uh-oh, uh-oh. Fuck. Scheiße. Nein, 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 nein. Chloe, look out. What the fuck? Hm. Nein, 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 nein. Was? 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 Was, 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 was? Ich... What the fuck? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt absolut keinen Sinn. Es sei denn, Nathan arbeitet für Jefferson. Alte. Okay, wir gucken hier drüber. Ich bin gerade total perplex. Ähm. Über die Hälfte. Das finde ich irgendwie schön. Ah, das ist mal interessant. Die meisten waren tatsächlich dagegen. Aha. Niemand wurde verletzt. Chloe hat Frank getötet. Chloe hat... Oh, da bin ich aber froh. Oh, das finde ich auch sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Wen habe ich... Wie hätte ich die denn retten können? Oder warum ist die denn gestorben? Das verstehe ich nicht. Ange... Äh, ich habe es nicht ange... Äh, verstehe ich nicht. Du hast Davids Code gefunden. Ach so, okay. Kate hat dir geholfen, eben. Ach, das ist auch schön. Du hast Danny bezeugt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wichtig gewesen wäre. Hm. Hm. Ja. Ach komm, das... Ja. Das ist schade. Du hast Nathans Pin geknackt. So viele haben es nicht? Vom Handy? Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass ich hier gerade die Ergebnisse von weltweit habe, müssten doch die meisten... Jetzt finde ich mich toll. Nein, Quatsch. Du hast Alissa geholfen. Ja, normal. Okay. Mal gucken, was uns die Vorschau zeigt. Was ist denn... Ich bin... Wirklich? Not bin ich. Ich bin... ... ... Wirklichbärg. ... I don't get it. Alter! Das haben die aber gut gemacht. Weißt ja so, dieser Jefferson sieht gut aus, ist voll der Hipsterlehrer, voll sympathisch, jeder liebt ihn. Wie hetzt das? Aber inwiefern hängen die beiden zusammen, er und Nathan? Das ergibt keinen Sinn für mich. Ja, es sei denn, dass Nathan tatsächlich alles für Jefferson erledigt hat, sodass nichts auf Jefferson zurückführt. Mark. Gab es einen, der Mark hieß bei Frank? Ich weiß es nicht mehr. Also das ist wirklich ernsthaft abgefuckt. Aber es passt doch wieder. Wisst ihr, der Jefferson hatte ja auch diesen morbiden Fotografiestil. So wie Nathan. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich bin saugespannt auf das Ende. Auf die letzte Episode. Also... Und vor allem... Ich bin jetzt nicht so geschockt wegen Chloe, weil ich einfach so das Gefühl habe, die werde ich gewiss noch retten können. Und wenn nicht, dann werde ich später heulen. Wir müssen die einfach retten können. Ernsthaft. Wobei wieder die Frage ist, welche Konsequenzen das hat, aber... Holy shit. Holy shit. Gut, Leute. Ich bin für heute fertig mit den Nerven. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir werden uns dann das letzte Kapitel aufmachen. Und dann bin ich auch vor allem gespannt, was ist hier mit den ganzen Stürmen und auch überhaupt so... Mit all dem, was hier abgeht, das alles einfach mal zusammensetzen und hoffentlich irgendwie so ein bisschen Klarheit schaffen. Gut. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge.